Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom zweiten Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Wir spielen das Freitagsspiel Hertha BSC Berlin gegen den SV Werder Bremen und mit den Bremern zu Gast in dem Spiel Hertha gegen Werder ist der Daniel Hölböchen. Ja, servus! So, und dann geht's auch schon los. Von mir gibt's noch einen kleinen Disclaimer und den gibt's auch noch bis zum 26. bzw. bis zum 25. Wir spielen natürlich noch mit FIFA 15, das bedeutet, wir haben hier noch leicht veraltete Kader. Darüber muss man einfach mal hinwegsehen. Kriege ich den Ball? Nein. Ja, aber ansonsten für alle, die sich für das neue FIFA interessieren... Ach, ich rede weiter. Und alle, die sich für FIFA 16 interessieren, die finden natürlich einen Link, einen passenden Amazon-Link in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr auf sämtliche FIFA 16s von allen Plattformen zugreifen. Ja, und das war auch schon genug Eigenwerbung. Jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Spiel. So, ärgert es dich ein bisschen, dass Wetter nicht mehr die Bräune hat. Ja, komm, ich gerade... Psssssss. Ja, das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Wenn ich mir mal so angucke, wer... wer alles bei Wetter gut war und jetzt sonst wo spielt, da muss ich ehrlich sagen, alter Schwede, die tun mir richtig leid. Die hatten ja fast eine richtige Talentschmiede gehabt. Allein in Wolfsburg, ja, da sitzt ja nicht nur der ehemalige Manager, der Naldo und der Bräune mittlerweile, sondern, wen haben wir da noch gehabt? Der Hunt? Na, Aaron Hunt. Na gut, ich sage jetzt mal, die Bräune als Schmiede nehme ich jetzt mal außen vor, dass er da bei Chase wieder vertragt war. Na gut, aber die notwendige Spielpraxis etc., die hat er ja in Bremen sicher erarbeitet. Also, das kann man schon so festhalten. Und das war ja auch das Engagement in Bremen, was Dortmund dazu verleitet hat, Angebot für der Bräune abzugeben. Also, das ist... Aber naja, der Mourinho wollte ihn ja behalten. Ja, bis dann Wolfsburg kam. Mit dem größeren Check. So. Ah, es hat umkämpft hier. Es hat umkämpft. Ja, beziehungsweise, Dortmund hat ja dann gar kein Angebot mehr abgegeben. Das ist, nachdem wir ja dann dort war, hatten wir ja dann, glaube ich, mit Gitarrejahren gehabt. Und dann konntest du es sowieso vergessen. Also, dann hast du schon bereits 24 Millionen ausgegeben. Für jemanden, der so eine ähnliche Klasse hat. Und dann... Nimmst du ja nicht nochmal Geld in die Hand. Vor allem, nachdem der Spieler ja dann auch ein halbes Jahr so gut wie... gar keine Spielpraxis bekommen hat, der Childsing. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen, Astros abseits, dann wollen wir nicht, oder? Ja, weil du den Ball hattest. Da war sich der Schiedsrichter uneinig, wie er die Regel auslegen musste. Da muss er nochmal ganz eben nachschlagen. Ja, das ist ungefähr wie die Regelauslegung Aue in der 2. Bundesliga. Wie schieß ich einen Freistoß? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Was war da? Nicht? Da, vielleicht einfach... Es war ein Freistoß an der Strafbankbremse. Der Schiedsrichter nahm, die stande beim Torwart drin im Tor, die Maul zu stellen. Und auf einmal griff der Schiedsrichter an seinen Spree, holte es raus, hält es vor sich. In dem Moment lief Mendel raus, wollte es an der Mauer richten. Und auf einmal steckte blitzartig der Schiedsrichter das Spree rein, lief weg und Mendel war nicht im Tor. Na, was meinst du, was passiert ist? Ist schnell ausgeführt. Richtig. So, und ja, die DFL sieht keinen Regelverstoß in der Auslegung. Sie gehen mit der Definition, wie sie es ja immer machen. Ein Freistoß muss ja nicht angepfiffen werden. Aber, äh... Also ich sag mal, in so einer Position wäre es eigentlich ganz hilfreich. Wir haben ja mit der Argumentation geäußert, ähm, dass er ja den Schiedsrichter, das Freistoßspray, und kurz davor ja im Freistoß war, wo er das genommen hat und halt angegeben hat, mit dem Spree. Und, aber es sah keinen Fehler vor. Ach, ja. Das war ganz, 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 ganz knapp kein Abseits. Eieieieieiei. Den... Alter, wie steht der ohne Abseits da vorne alleine? Naja, nee, unten. Unten hat es einer aufgehoben gehabt. Ich wollte auch ganz schnell passen, bevor der irgendwie zurückrennt. Die beiden sind auch, glaube ich, hier ineinander gelaufen dann. Alter Schwede. Schwein gehabt, du. Schwein gehabt. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, wie viele Tore du schießen musst, um Meister zu werden. Boah. Aber nicht abschreiben, Deini. Immer schön weiterkämpfen. Auch wenn es schwerfällt mit Werder. Immer schön weiterkämpfen. Kannst aufhören zu retten, Digger. Ich sag halt, das nächste, was die unbedingt verbessern müssen, ist halt der aktiven Bewegung zum Ball bei Abseits. Wenn du schon siehst und L1 drückst, dann müsste das eigentlich Bestätigung für das Spiel sein, dass du es nicht mehr brauchst. Zeit wann ist denn der Wolf so gut im Tor? Habe ich den Wolf im Tor? Oder war das noch Castells? Ach, es ist Castells. Ja, das war ja jetzt alles klar. Ah, na gut, das war ja auch direkt vom Tor wieder. Ich dachte, das wäre mehr in die Ecke gewesen. Das war eine Einladung. Ja, das ist... Da durfte er sich mal beweisen. Und die Latte. So sieht es aus, wenn du der Meinung bist, du hast das Tor nicht mehr nötig. Alter. Der Hatana, er hat einen Arroganter. Sehr gut. Oh, jetzt kracht es gleich. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass es gleich krachen muss. Ach, leck mich doch am Arsch. Sag mal, habe ich nicht irgendwo den Julian Schiefer noch? Ich muss doch irgendwo noch diesen Julian Schiefer haben, oder? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann ja nicht den besten Mann hier draußen lassen. Das geht ja überhaupt nicht. So. Sorry, ey. Ich hätte schon lange 6-0 führen können, aber ich habe einen Schiefer auf der Bank gelassen. Ich bin übrigens schon fertig. Sehr gut. Salomon Kalou, Valentin Stocker, denk mir, leck mich, ja, Marc. Versuch es einfach nicht. Ist alles okay. Ist alles okay. Alter, ich war da gar nicht aufgehen. Ich war da gar nicht aufgehen. Ach, verdammt, verdammt. Das wäre ein Schiebertor gewesen, wie er es so nie geschossen hätte. Ja, richtig. Ich wäre da gar nicht gelaufen. Ja, also so trippelnd, das habe ich in Schiebertor noch nie gesehen, aber es ist okay. Ich habe den auch nie so viel laufen sehen. Doch, doch. Laufen tut ja hammermäßig viel. Also das ist, das muss man ihm lassen, das muss man ihm lassen. Was? Aber ich kann es ja mal versuchen. Ich kann es ja mal versuchen. Ja, ja, ja. Schäbertor. Oh, das habe ich den schön vorgelegt. Super. Tja, eingewechselt. Ronny. Und da hat die Räubertochter es reingemacht. Sehr schön. Und wer hat es vorgelegt? Der Schieber. Siehst du, das ist kommst der Schieber auf dem Platz. Das ist alles kein Problem mehr. Ich habe ihn vorgelegt. Ich habe eine schöne Kopfballrückgabe auf Schieber gemacht. Ja, aber der Schieber muss ihn ja dann auch erst mal durchstecken zu Ronny. Ach ja, Mensch. Ich warte ja nur drauf, dass du mal reinziehst. Ich laufe ja schon gar nicht mehr mit gedrückter Sprint-Taste. Ich dachte, es hätte schon gereicht, um dich uns auszudrängen. Na gut. Müssen wir es halt so machen. Müssen wir es halt so machen. Schön, Ron. Danke fürs Gespräch. Bis nachher. Und jeder, der das Freitagsspiel der zweiten Liga schon gesehen hat, was ja das erste war in unserer Aufnahme und da noch mitbekommen hat, wie Daniel gesungen hat, das ist das, was ich gemeint hatte zu diesem Zeitpunkt. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen, Daniel. Ja, ja. Und für alle FIFA 16 Enthusiasten, wie gesagt, gebe ich nochmal den kleinen Tipp. Ihr findet den Link, den Amazon-Link zu dem Spiel in der Videobeschreibung. Vorbestellen lohnt sich, habe ich gehört. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Samstagsspiel wieder. Bis dahin. Tschüss, Jakowski. Sag doch nicht mal Tschüss. Tschüss.